Hi Leute, herzlich willkommen zu dieser kleinen Live-Film-Ankündigung und zwar für heute Abend. Ja, passt mir die Faust aufs Auge, denn ich wollte am ersten Weihnachtsfeiertag streamen. Zufällig ist das noch ein Freitag, wo ich sowieso immer streame. Das heißt also, alles geht seinen gewohnten Lauf weiter. Gestern hat ja Renny gestreamt zur Heiligen Abend, morgen streamt der Pixelspaß. Bei mir geht es aber heute schon nicht erst um 20 Uhr los, sondern schon um 17 Uhr. Ja, aber ich sag's euch gleich, wir werden nicht 17 Uhr sofort anfangen irgendwas zu zocken, sondern wir werden erst gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr anfangen, dann mit zocken oder müssen wir mal schauen. Ja, so 18 Uhr spätestens. Was wollen wir spielen? Wir werden ARC spielen, das Dinosaurier Survival Game. Ja, da können ja theoretisch auch alle mitspielen, man kann ja auf denselben Server gehen und so weiter. ARC werden wir spielen, 17 Uhr. Achso, und was machen wir 17 Uhr? 17 Uhr wollte ich erst mal wissen, was gab es denn bei euch Schönes zu Weihnachten? Was habt ihr mit eurer Familie gemacht? Ja, wie ist es bei euch abgelaufen und so weiter? Was gab es Schönes zu essen? Was habt ihr heute noch gemacht? Was habt ihr vielleicht für Silvester geplant? Und so viel. Ganz, ganz viele Sachen, die mich interessieren und die ihr natürlich auch mich fragen könnt. Und ja, ich hoffe, ihr seid heute Abend mit dabei. Ab 17 Uhr auf Twitch. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, meine lieben Freunde. Und ja, warum hier so viele Haare in meinem Gesicht sind und die sich wahrscheinlich noch verschlimmern wird bis Silvester, das kann ich euch auch heute Abend erklären. Bis dahin, euer Madrus. Bis heute Abend. Tschüss.